Okay, geht weiter. Nochmal. Linksbums. Was dir schön lange auffällt. Die Hälfte wäre geschafft. Und wieder. Okay, an dieser Stelle könnte ich mich jetzt benehmen wie die Achsenwalde, weil das wird nicht aufgenommen. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem anderen Sprecherpunkt. Nur um sicher zu gehen. Hoch oder runter? Oder Klavier spielen? Runter. Wenn du dann gleich wieder hochgehst, dann mache ich dich kaputt. Und rein zum Speichelpunkt. Ach, hat der Schilmeerplan funktioniert. So, 10 Stück noch. Oder 45, um den Overkill zu schaffen. Oder 45, um den Overkill zu schaffen. Geben war da noch Ausschein. Mann. So, Speichelpunkt. So, Speichelpunkt. Gut. Wir haben hier ein feicher Punkt. Und hier war, glaube ich, auch noch einer um die Ecke. Okay, es könnte sein, dass ich nur in die Mitte komme, wenn ich im dunklen Modus bin. Was ist das? Was ist das? Hm, das klappt ja nicht mehr so gut. Aus irgendeinem Grund konnte ich gerade nicht rennen. Wahrscheinlich war ich ausgelaugt. Und Sprung. Nein, das geht nicht. Egal. Wir haben ja gespeichert. Achso. Ich hätte auch kennenlernen können. Okay, wie schaffe ich es jetzt, die restlichen neuen zu holen? Ich kann ja erstmal hier in der Nähe forschen. Wo ich hier jetzt noch ein paar... ...laue Dings habe. Was geht hier? Noch höher. Noch tiefer, meine ich. Jetzt verwechsel ich schon hoch und tief. ...laue Dings. ...laue Dings. ...laue Dings. Aha. ...laue Dings. ...laue Dings. ...laue Dings. ...laue Dings. ...laue Dings. Weil noch vier übrig hätte ich gern geschweichert. Tendenziell habe ich da zwei übersehen. Ich würde gerne noch wissen, ob ich oben noch nichts mehr reißen kann. Zwei auf jeden Fall. Nur ein paar mehr. Okay, ich werde die zwei jetzt erstmal speichern können, mitten auf der Brücke. Und die anderen beiden hole ich mir da oben jetzt auch. Wenn ich zur anderen Seite rum. Wie schön, dass die wirklich Fahrstuhl fahren lernen. Gut, dass die nur im Kreis rennt. Das Spiel will mich doch einlegen, oder? Ja. Wann machst du denn jetzt ausgenutiert hier Licht aus? Kurz vor den letzten beiden, die ich hier habe. Ja. Ja. Ich würde mir kurz was interessieren. Ja. 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 Da darf ich mich nicht spielen. Ok, einer noch. Die Tür offen in der Mitte. Ok. Und 34 sind es noch bis zum Ultimo. Was haben wir denn passiert? Ich bin jetzt noch mal sicher, dass ich alle habe. Und ich muss ganz unten. Ich muss jetzt auch noch halten, ja? Gut. Weiter fühlt es mich jetzt nur noch hier durch. Und das war knapp. Ach komm nochmal. Was so schön war. Tschüss. So, 130 Kilometer tief oder so. Ich weiß, ich habe wieder nicht alle gefunden. Tut mir leid. Text ist wieder nicht so gelesbar. Die Musik, die wird sich von dem Böbel befreien. Gevorstehensschüsseln verbraben. Das sind Ziffern Kahn. Viel Spaß. Mein Gesicht ist nirgends drüber. So. So. Alf in den Keller. Erst langsam, dann schneller. Weil... Du bist eingeschlafen. Ähm. Diesmal waren es 116 Kilometer. 116 Kilometer. Es bleibt dunkel hier unten. Oh, was ist das? Okay. Die sind nicht so gut. Verstanden. Okay. Jetzt geht es in die Gruft, oder? Hier. Hier ist der Kilometer. So. Warum auch nicht? Achso. 298 km nehm ich hier nur kurz um schlage auf stimmen gabeln oder sammeln kühles zeug ein und setze mich dann auf den thron oder es gibt ja einfach keine weiteren sachen die ich sammeln kann wäre auch schön dann halt der thron recht Wozu soll das Ding auch auf mich hören, wenn ich sag rechte Maustaste und mittlere Maustaste Hier wird bewertet. Hier stand eine Stimmgabel. Kann ich wiederholen? Den Gegg wäre es mir wert gewesen, dass ich einmal wieder hoch fahre. Da unten ist das Grüne. Ich nehme das Energieding vorbei. Auf den Thron. Da ging das rum, ja? Okay, ich muss also mich da hinsetzen, die Tür öffnen, raussprinten und hoffen, dass die nicht hinterher kommen. Dafür nehme ich sogar mal das Ding noch mit. Ich bin mal gespannt, ob ich die Hürde schaffe oder ob ich da zu blöd für bin. Und natürlich nehme ich das Grüne mit. Hey. Okay. Okay, ich bin so blöd dafür. Das ist so heiß wie weg. Okay. Okay. Okay.